Ich glaube, nicht verdient. Ich glaube, dass Köln die Tore gemacht hat in Phasen, wo wir eigentlich dran waren und die Tore auch machen können. Ich glaube, wir hatten auch viele Chancen, wo wir Tore machen müssen. Ja, 3-1 sieht dann im Endeffekt deutlich aus, aber ich glaube, so deutlich war es nicht. Ich glaube, ja klar, der Platz ist nicht gut, aber ich glaube, wir haben alles reingehauen, haben viele Zweikämpfe geführt, haben uns überall reingehauen. Ja, wir müssen einfach die Tore machen, auch in der ersten Halbzeit, wo wir alleine vorm Tor stehen. Ja, es war von Anfang an klar, dass es da um Kampf geht und so weiter. Und ja, irgendwie kommen beide gut rein, die machen das 1-0, waren auf die Momente effizienter. Wir haben vorne ein, zwei Chancen, sind vielleicht dann auch letztendlich teilweise zu inkonsequent verteidigt. Drei Tore sind zu viel und mehr als eins können wir auch machen, sage ich. Ja, müssen wir einfach jetzt Mund abputzen, weiter geht's, wir haben nicht viel Zeit zum Nachdenken und dann geht's weiter. Ja, wie gesagt, ich will keinen Vorwurf machen an der Einstellung, an dem Willen, am Kampfgeister, es ist keinem gefehlt. Klar, Platzverhältnisse sind schwierig, das wussten wir auch, dass die über lange Bälle kommen, wir über lange Bälle kommen müssen. Ja, und wer da jetzt mehr was festgemacht hat, müsst ihr beurteilen, kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass wir alles reingehauen haben und teilweise unglücklich verloren haben. Ich würde sagen, vielleicht nicht verdienen, ich würde sagen, Köln hat zur richtigen Zeit die Tore gemacht, die waren effizient. Ich meine, es war kein schönes Spiel, auf dem Platz kann man aber auch kein schönes Spiel erwarten. Bei solchen Spielen wissen wir, dass Standards entscheidend sein können und ja, haben gesehen, das 1-0 und das 2-0, beides nur Standards. Und dann muss man mit rechnen, aber muss man dann halt auch besser verteidigen. Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn ein Spiel immer kurz vorher abgesagt wird, aber letztendlich kommen die Spiele, wann ist eigentlich egal. Jetzt ist halt so, dass wir regenerieren, spielen. Als Fußball ist es auch ganz gut, also man trainiert ja, um zu spielen. Also es ist ein Thema in der Mannschaft, aber wir müssen alles fokussiert angehen und dann können die Spiele ruhig kommen. Wir müssen einfach jedes angehen, also jedes probieren zu gewinnen und dann schauen wir, was rauskommt. Weil momentan macht es keinen Sinn, auf die Tabelle zu gucken, weil da haben ja manche 18 Spiele, manche 22. Das ist, ja, nach den Spielen können wir wieder nochmal reden.